Dieses Mal möchte ich weiter an dieser Auffahrtsranke hier arbeiten. Im letzten Mal hatte ich schon ordentlich Teile zugeschnitten und festgestellt, dass dieses Stückchen hier auch noch gehen würde. Und dann schneide ich erst nochmal eine Runde weiter. Und dann... So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das Material ist aufgebraucht, aber das braucht mich wirklich nicht daran zu hindern, es jetzt zu verwenden. Das Material ist aufgebraucht. 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 Das ist aufgebraucht. Das Material 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 ist aufgebraucht. Und dafür gilt jetzt besser nicht anfassen, während es trocknet. Das Material ist aufgebraucht. Das Material ist aufgebraucht. Das Material ist aufgebraucht.